Seid ihr gut drauf? Ja, wie schon angekündigt, ich bin Nicole. Ich komme aus Schleißingen, ich bin 16 Jahre alt. Und ja, ich will heute für euch ein bisschen Musik machen und ein bisschen singen. Ich habe jetzt schon gleich eine Überraschung. Und zwar, dass hier einen super, super duper, jutschen Musiker auf die Bühne rufen. Und zwar den Eri. Applaus! Ja, es ist eine große Ehre für mich, heute mit ihm zwei Songs spielen zu dürfen. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso nicht. Das erste Lied heißt Rolling in the Deep. Musik 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 Weiter geht's mit einem meiner Lieblingssongs, und zwar ist das WhatsApp von einem Kreuz. Viel Spaß. 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 Viel Spaß.